Im SPÖ-Machtkampf unterstützen vier rote Ex-Kanzlerin die Wagner. Christian Kern ist nicht dabei. Nach einem Machetenangriff in Wien ist das Opfer heute im Spital gestorben. Gewitter und zwischendurch Sonnenschein gibt's in den kommenden Tagen. Herzlich willkommen bei ORF 3 Aktuell am Abend. Schön, dass Sie mit dabei sind. Alle ehemaligen SPÖ-Kanzler unterstützen Randy Wagner, nur Christian Kern, der hält sich fern. So könnte man die aktuellen Geschehnisse im SPÖ-internen Rennen um den Parteivorsitz zusammenfassen. Franz Franitzki, Viktor Klima, Alfred Gusenbauer und Werner Faymann treten dafür ein, dass Randy Wagner die Partei weiterführen und auch die Spitzenkandidatin für die kommende Nationalratswahl werden soll. Die roten Altkanzler fordern alle SPÖ-Mitglieder auf, für die amtierende Chefin zu stimmen. Bei den Unterstützern nicht dabei ist, wie erwähnt, ihr direkter Vorgänger Christian Kern, der Pamela Randy Wagner in seinem Kabinett zur Gesundheitsministerin gemacht hat. Wieso, weshalb, warum? Das erklärt uns jetzt unser Chefkommentator Wolfgang Geier, der hier bei mir im Studio ist. Herzlich willkommen. Guten Abend, hallo. Christian Kern unterstützt, wie erwähnt, Randy Wagner nicht und das, obwohl doch er sie zu seiner Nachfolgerin erkoren hat. Warum nicht? Absolut. Christian Kern hat Pamela Randy Wagner in die Politik gebracht. Dass er jetzt da genau nicht mit dabei ist, das ist schon ein gewisses Ausmaß an Ironie. Ein möglicher Grund dafür, Hans-Peter Doskozil hat vor wenigen Tagen gemeint, dass er Christian Kern gern in seinem Team mit dabei hätte. Also, und das sagen die Gerüchte schon länger, Christian Kern ist eher Team Doskozil als Team Randy Wagner. Dass Christian Kern selbst beim Sonderparteitag am 3. Juni kandidiert, ist ausgeschlossen? Da hat es immer wieder Gerüchte gegeben. Er hat das ausgeschlossen, in mehreren Interviews erklärt, dass er das nicht machen wird. Rein rechtlich wäre es möglich, dass am Parteitag eine neue Kandidatin, ein neuer Kandidat sich aufstellen lässt und dann dort zur Überraschung alle antritt. Sollte die Abstimmung ein hohes Maß an Unzufriedenheit, an ungültigen Stimmen ergeben, so könnte jemand durchaus sagen, das sei der Wunsch der Partei. Das sei ja offensichtlich, dass die derzeitigen Kandidaten nicht ausreichen. So wäre das unter Umständen begründbar. Wie sehr wird denn die Unterstützung der ehemaligen Kanzler Franz Nitzky, Klima, Gusenbauern, Feimann, Randy Wagner jetzt bei der Mitgliederbefragung helfen? Das geht natürlich genau in die Zielgruppe. Vor allem Franz Franz Nitzky immer noch sehr populär. Das Alter der SPÖ-Mitglieder, die sich da an dieser Abstimmung beteiligen sollen, ist bei 60 plus. Das ist genau die Zeit, in der Franz Franz Nitzky lange Jahre Kanzler war. Das dürfte schon einiges an Rückenwind bringen, auch wenn sonst generell diese Zeit der Unterstützungskomitee ist. Wir kennen das ja aus Bundespräsidentschaftswahlen vergangener Jahre, obwohl das in den letzten Jahren schon deutlich an Strahlkraft verloren hat. Hier ist es aber sicher ein Schub in genau der Zielgruppe. Der SPÖ-interne Wahlkampf geht jetzt wirklich in die heiße Phase. Wir werden ihn weiterhin begleiten und davon berichten. Vielen Dank für den Analyse. Das machen wir. Danke. Seit Monaten berichten wir auch, dass das Leben immer teurer wird. Und das bleibt natürlich nicht ohne Folgen. Neue Daten der Statistik Austria zeigen, dass heuer mehr Menschen armutsgefährdet sind als noch im vergangenen Jahr. Das Leben ist teuer und für viele kaum mehr leistbar. Das spiegelt sich nun auch in der Statistik wieder. In Österreich ist die Zahl jener, die armutsgefährdet sind, zuletzt wieder gestiegen. 2022 sind 14,8 Prozent der Bevölkerung armutsgefährdet. Das sind mehr als 1,3 Millionen Menschen und damit mehr als in den Jahren zuvor. Zudem sind mehr Personen materiell und sozial erheblich benachteiligt. Sie können sich also eine warme Wohnung oder neue Möbel nicht mehr leisten. 2021 sind davon noch 160.000 Personen betroffen. 2022 sind es rund 200.000. Die meisten davon sind Frauen. NGOs fordern angesichts der aktuellen Zahlen nachhaltige Lösungen von der Politik. Der grüne Sozialminister verweist auf bereits getätigte Hilfsmaßnahmen, ohne die es noch mehr Armutsbetroffene gegeben hätte, wie er in einer Presseaussendung betont. In Wien haben gestern mehrere Täter einen Mann mit Macheten und Schlägen attackiert. Das Opfer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht und ist dort heute Mittag gestorben. Das hat sich in der Nacht auf heute bei der U6-Station Jägerstraße in Wien ereignet. Die Täter sind geflüchtet und die Tatwaffe ist nicht gefunden worden. Eine Fahndung mit Wegerbeamten und Suchhunden läuft. Ein Verdächtiger, ein 24-jähriger Mann, ist auf der Flucht vor der Polizei in den Donaukanal gesprungen. Er wurde aus dem Wasser gezogen und verhaftet. Über die Hintergründe der Tat und die Identität des Opfers ist noch nichts bekannt. Das Landeskriminalamt ermittelt. Und der ORF hat heute ein Statement der Polizei eingeholt. Das hören wir uns jetzt einmal an. Heute kurz vor 1 Uhr in der Früh soll ein derzeit unbekannter Mann von mehreren Personen mit Schlägen, aber auch mit Macheten attackiert und lebensgefährlich verletzt worden sein. Durch Einsatzkräfte der Wiener Berufsrettung wurde das Opfer alsbald in ein Spital gebracht, wo er heute Mittag seinen Verletzungen erlegen ist. Wie konnte das Opfer gefunden werden? Nun, mehrere Passanten haben hier den Notruf gewählt und so ist die Polizei und in weiterer Folge auch die Rettungskette in Gang gesetzt worden. Auf der Suche nach fair produzierten Tierprodukten im Supermarkt vertrauen viele Menschen auf Gütesiegel. Aber denen kann man nicht immer vertrauen. Immer wieder gibt es Skandale rund um Mastbetriebe, die eigentlich mit dem AMA-Gütesiegel zertifiziert sind. AMA startet jetzt eine sogenannte Transparenz- und Qualitätsoffensive. Wie die genau aussehen soll, berichtet Alexandra Siebenhofer. Es sind verstörende Bilder aus heimischen Mastbetrieben. Immer wieder auch solche, die Teil des AMA-Gütesiegels sind. Die AMA reagiert jetzt mit verstärkten Kontrollen und kommt seit kurzem auch ohne Vorankündigung. Tausend solcher Spontankontrollen der AMA soll es heuer geben. Im Geflügelbereich werden wir jeden Betrieb unangekündigte Kontrolle hinschicken. In anderen Bereichen, wo nicht so sensible Bereiche sind, ist die Frequenz niedriger. Außerdem wird auf der Website laufend veröffentlicht, wie viele Betriebe kontrolliert wurden und wie viele beanstandet oder sogar vom Gütesiegel ausgeschlossen wurden. Allerdings gesetzliche Verschärfungen in Österreich, etwa ein Verbot von vollspaltenböden bei Schweinen, sieht die AMA kritisch. Hier brauche es EU-weite Regelungen, weil sonst österreichisches Fleisch zu teuer werden würde im Vergleich zu Fleisch aus anderen Ländern. In Österreichs Spitälern spitzt sich die Lage zu. Viele Betten sind gesperrt und können nicht belegt werden. Noch schlimmer dürfte aber der Personalmangel sein. Die Corona-Pandemie hat viel Personal dazu gebracht, den Beruf zu wechseln. ÄrztInnen ziehen es mittlerweile oft vor, eine private Wahlärztinnen-Ordination zu eröffnen, statt die schlechteren Bedingungen im Krankenhaus auf sich zu nehmen. Die Folge sind längere Wartezeiten und verschobene OP-Termine. In Zukunft sollen mehr Menschen in Ordinationen statt im Spital behandelt werden, denn Personalmangel will man mit Abwerbungen aus dem Ausland mindern. Morgen verhandeln Bund und Länder darüber, wie die Spitäler künftig finanziert werden sollen. Die österreichische Gesundheitskasse hat heute bereits mehr Geld für ambulante Behandlungen gefordert. In UF3 aktuell hat heute Vormittag meine Kollegin Elisabeth Vogel mit dem Wiener Patientenanwalt Gerhard Jelinek darüber gesprochen. Sie hat ihn gefragt, wie es sein kann, dass Österreich eines der teuersten Gesundheitssysteme der Welt hat und es dennoch solche Probleme in den Spitälern gibt. Ja, das dürfte daran liegen, dass, wie schon viele andere Expertinnen auch aufgezeigt haben, wir die Patienten nicht dorthin bringen, wo sie optimal versorgt werden. Das heißt, es landen letztlich sehr viele Patientinnen und Patienten in Spitälern, die man auch ambulant behandeln könnte. Das heißt, es ist ein Patientensteuerungsproblem, dass man dadurch lösen könnte, indem man Primärversorgungseinrichtungen den niedergelassenen Bereich mehr forcieren würde. Wenn es dort mehr Ärztinnen und Ärzte gäbe, dann bräuchten nicht so viele auf die Spitäle angewiesen sein. In Deutschland wird derzeit wieder gestreikt. Das Sicherheitspersonal der Flughäfen Düsseldorf, Köln und Hamburg legt heute die Arbeit nieder. Auch in Österreich fallen dadurch einige Flüge nach Deutschland aus. Und zwar 26 in Wien und vier in Salzburg. Von den drei betroffenen deutschen Flughäfen aus startet heute kein Flugzeug. Etwa ein Drittel aller Ankünfte fallen ebenfalls aus. Rund 100.000 Passagiere können deshalb nicht fliegen. Das Sicherheitspersonal fordert mehr Geld für Überstunden sowie für Nacht- und Wochenendarbeit. Der Warnstreik soll insgesamt zwei Tage dauern. Morgen kommt der Flughafen Stuttgart dazu und auch die Eisenbahner werden dann streiken. In den drei betroffenen deutschen Flughäfen sind keine Abflüge möglich. Etwa ein Dreidrittel fällt wie gesagt aus. Und wir kommen jetzt zu einem anderen Thema. Kiew empfängt heute einen namhaften Besucher. NATO-Generalsekretär Jens Doltenberg ist heute für viele überraschend in der ukrainischen Hauptstadt eingetroffen. Es ist sein erster Besuch seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor rund 14 Monaten. Der Besuch des NATO-Generalsekretärs ersetzt ein wichtiges Zeichen. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs ist Doltenberg eine unterstützende Stimme der Ukraine. Essentiell für das Bilden von Allianzen. Vor der angekündigten Gegenoffensive der Ukraine erscheint das wichtiger denn je. Unterdessen versucht die ukrainische Polizei, die BewohnerInnen, die an der Front wohnen und trotz der Gefechte geblieben sind, vom Gehen zu überzeugen. Ich habe Angst, dass wenn ich gehe, wenn die ganze Familie geht, dass dann all unsere Sachen weg sind. In einer Woche sollen sie nun abgeholt werden. Man hat ihnen zugesagt, dass sie mehrere Koffer mitnehmen dürfen. Und wir lernen jetzt alles über das Wetter in den nächsten Tagen. Hier ist der Wetterbericht. Heute Nacht regnet es von Vorarlberg bis Kärnten zunächst noch ein wenig. Schnee fällt bis etwa 1600 Meter. Nach Mitternacht wird es verbreitet trocken. Morgen scheint dann im ganzen Land zeitweise die Sonne. Allerdings nicht ungetrübt, denn es ziehen Wolkenfelder durch und auch einige Quellwolken entstehen. Vor allem im Bergland können diese einzelne Schauer und Gewitter bringen. Mit Wind aus Ost bis Süd wird es überall milder. Wer wird heuer für den österreichischen Filmpreis nominiert? Das erfahren Sie in Kultur heute mit Arnie Güllgünmeier. Heute Vormittag wurden die Nominierungen für den österreichischen Filmpreis bekannt gegeben. Dazu ist Filmexpertin Tiziana Ariko zu Gast im Studio und am 24. April jährt sich der Todestag von Willi Resetaritz zum ersten Mal. Der Organisator des Flüchtlingsballs Niki Heinl ist zu Gast im Studio. Der Ball findet erstmals ohne Willi Resetaritz statt. All das ab 19.45 Uhr. Ich freue mich auf Sie. Wer wird heuer für den österreichischen Filmpreis nominiert? Das erfahren Sie in Kultur heute mit Arnie Güllgünmeier. Heute Vormittag wurden die Nominierungen für den österreichischen Filmpreis bekannt gegeben. Dazu ist Filmexpertin Tiziana Ariko zu Gast im Studio und am 24. April jährt sich der Todestag von Willi Resetaritz zum ersten Mal. Der Organisator des Flüchtlingsballs Niki Heinl ist zu Gast im Studio. Der Ball findet erstmals ohne Willi Resetaritz statt. All das ab 19.45 Uhr. Ich freue mich auf Sie. Das war unsere heutige Abendsendung. Mehr Informationen gibt es dann um 21 Uhr in der Runde der Chefredakteurinnen mit Lu Lorenz-Dietelbacher. Und ORF 3 aktuell kommt morgen Vormittag wieder, wie gewohnt um 9.30 Uhr mit Elisabeth Vogel. Ich darf mich für heute Abend von Ihnen verabschieden. Machen Sie es gut. Bis bald in ORF 3. Bis bald in ORF 3.